Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Undertale. Und der ein oder andere, der in der letzten Episode schon dabei war, der wird sich jetzt denken, hm, die startet irgendwie an einer anderen Stelle, als wir das letzte Mal waren, als wir das Spiel gespielt haben. Und damit liegst du vollkommen richtig. Denn ich habe mich tatsächlich zwischendurch mit einem Freund über Undertale unterhalten und er hat es schon durchgespielt und er hat mir gesagt, oh mein Gott, wenn du irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommst, wo du diesen magischen Schlüssel dir besorgen kannst als Item, diesen tollen Mystery Key, kauf den. Und wenn du ihn nicht hast, dann versuche irgendwelche Kämpfe zu starten, um das Geld zu bekommen, um ihn zu kaufen oder sonst irgendwas. Du brauchst den und musst dir dann unbedingt in der Waterfall City ein Haus anschauen, was vorher für dich noch verschlossen war und dir dort ein bisschen was durchlesen. Es ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist wohl ein kleiner, eine kleine Sache, die man sich angucken sollte. Zumindest hat er mir das gesagt. Ich wollte ihn nicht benutzen, das war jetzt aus Versehen, aber na gut. Ich habe ihn doch jetzt noch, oder? Mach keinen Mist. Ja, ich habe ihn noch, sehr gut. Und deshalb habe ich den Weg hierher ohne Aufnahme gemacht, zurück. Fahren wir dann zusammen, würde ich sagen. Ich wollte euch bloß nicht zweimal sinnlos den Weg antun. Und da würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was hier verschlossen war. Hier. Okay. Stand es schon vorher hier? Was, was, was? Ich lebe hier. Okay, und was mit dir? Oh Gott, was habe ich denn ihm für eine Stimme gegeben? Ich glaube, eine Tiefe. Ich fragte und Düne, ob wir alle abhängen können, aber sie hat etwas Komisches gesagt. Sie meinte, sie hängt nicht mit einem Mörder ab, aber, hm. Ich erinnere mich nicht, jemanden ermordet zu haben, auch wenn ich ein ziemlich brutaler Typ bin. Dann sagte sie, dass sie einen bösen Typen bekämpfen möchte, aber sie scheint von etwas ziemlich schwach zu sein. Sie ging und ist an der Türschwelle zusammengebrochen. Also warte ich einfach hier, falls sie mich braucht. Sie hasst es nämlich, wenn man sie warten lässt. Ich denke, wir können später abhängen. Okay, also ist das undünes Haus? Ist das hier? Kann ich hier rein irgendwie? Hier? Hey, ich denke kaum, dass wir abhängen können. Das ist kaum vorstellbar, aber du musst Todzeit ohne mich verbringen. Okay, er sagt nochmal das gleiche, glaube ich. Okay, na gut. Dann gehen wir mal wieder. Hier konnten wir rein. Genau, hier war der Geist. Und hier? Abgeschlossen. Okay, okay, es ist schon mal wahr. Das heißt, ich muss das Item wahrscheinlich so... Benutz den Mystery Key. Die Tür des roten Hauses wurde geöffnet. Der Schlüssel verschwand. Okay, dann bin ich aber gespannt jetzt, was hier drin sein soll. Okay. Was steht dort? Big? Bibi? Nee. Ich kann's nicht lesen. Da steht auch nicht Big, das sind zwei Striche, ich weiß nicht genau, was da steht. Liebes Tagebuch. Tagebuch? Ich habe jemanden Interessantes gefunden. Letzte Woche habe ich eine Werbung für meinen Menschen-Fanklub geschrieben. Heute war unser erstes Treffen. Nur eine Person kam. Ehrlich gesagt ist sie ein Trottel. Sie ist von diesen furchtbaren Cartoons besessen. Aber sie war auch ein wenig witzig. Ich möchte sie wiedersehen. Liebes Tagebuch, die Tagebuch-Sammlung geht fabelhaft voran. Ich habe jetzt fünf Stück. Liebes Tagebuch, sie hat mich heute mit etwas Besonderem überrascht. Zeichnung eines Körpers, den sie für mich bauen möchte. Eine Form, die meinen wildesten Fantasien übersteigt. Eine Form, in der ich mich endlich wie ich selbst fühlen kann. So wie ich jetzt bin, kann ich einfach kein Star werden. Entschuldige, Bloki. Meine Träume warten nicht für jeden. Endlich ein Star werden? Sind das irgendwie die Bücher von... Von Metatonnen, aber... Ich komme hier nicht durch, um dort irgendwie hinten hinzugehen. Aber... Warum ist das dann alles rosa und so? Ist das alles, was ich hier drin tun kann? Tagebücher lesen? Okay, ich komme hier auch gar nicht durch. Nee, Liebes Tagebuch, okay. Ich komme mal schnell durch. Okay. Kann ich jetzt mit ihm nochmal darüber sprechen oder so? Ähm. Ich arbeite weiterhin an meiner Mixed-CD. Na gut. Dann ist hier also echt nichts. Das mit Papyrus wundert mich hier. Ich frage nur den Dünner, ob wir alle abhängen können. Das haben wir ja schon. Okay. Hm. Und hier? Ah, okay. Seltsam. Ich arbeite gerade. Ich meine, willkommen zur Blok-Familienfarm. Ja, ich bin der einzige Angestellte. Okay. Das haben wir ja alle schon mal gelesen. Und hier hinten ist das Schneckenrennen, ne? Ja. Hm. Komisch, komisch. Aber na gut. Dann würde ich sagen... Oh nein, hier bin ich falsch. Wo ist denn... Moment, haben wir noch irgendwas? Ich könnte ja Kiste verwenden. Ja, mach mal. Rostige Pfanne, Spielzeug, Messer, Verband, Stock, Karamellkuchen. Der Karamellkuchen, der hält uns vollständig. Ich nehme ihn aber einfach mal mit. Hiebkarte, Hundereste, rostige Pfanne. Keine Ahnung, wozu die rostige Pfanne gut sein soll. Wir haben 15. Wir können ja mal schnell gucken, ob der hier noch irgendwas 25, 18. Nee, nee, nee. Können wir eigentlich gehen? Äh, ja. Wir sind vorsichtig auf jeden Fall. Dann war hier unten jetzt der... Genau, der Fährmann. Dann Tralala, wir möchten auf jeden Fall mitfahren. Damit kürzen wir unglaublich den Weg ab. Wir wollen nach Hotland. Los geht's. So, die Sache mit Papyrus sah aber komisch aus. Tralala. Was in einer Eichel ist, das ist ein Mysterium. Gibt es an der Stelle zwei verschiedene Enden oder sowas? Kann das sein? Komm doch mal wieder vorbei, Tralala. Okay. Wo war der Fahrstuhl? Hier ist er, sehr gut. Und dann können wir hier... Ach du Scheiße, wir müssen zu rechts dreien. Kann das sein? Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Ah, ja, genau, genau. Der hat hier alles ausverkauft. Hier brauchen wir nicht weiter versuchen. Aber wir haben ja sowieso keine Kohle. Dann können wir hier rein und können hier direkt durch zum Chor laufen. Und mit dem Fahrstuhl normalerweise auch direkt ganz nach oben fahren. Sodass wir... Was mich interessieren würde, war hier nicht auch noch ein... Hier war kein Mülleimer. Ich glaube, der war jetzt auf den oberen Etagen da gewesen. Sehr gut. Jetzt sind wir an der Stelle. Ich würde hier gerne nochmal eine Runde speichern, da wir jetzt die Tagebücher gefunden haben und den Schlüssel benutzt haben. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch mal in den Kampf, oder? Oh ja. Du bist... Ach nein, da bist du ja, Schnucki. Es ist dann mal Zeit für unseren kleinen Showdown. Es ist endlich an der Zeit, den defekten Roboter auszuschalten. Nicht. Defekt? Neuprogrammierung? Sei realistisch. Das war alles nur ein großes Schauspiel. Eine Darbietung. Alphys hat dich die ganze Zeit zum Nahen gehalten. Als sie dich am Bildschirm beobachtete, fühlte sie sich dem Abenteuer hingezogen. Sie wollte unbedingt ein Teil davon sein. Also hat sie sich einfach die Geschichte selbst hinzugefügt. Sie hat Rätsel reaktiviert. Sie hat Aufzüge deaktiviert. Mich beauftragt, dich zu quälen. Alles nur, um dich vor Gefahren zu bewahren, die nie existierten. Nur damit du denkst, dass sie eine tolle Persönlichkeit wäre. Aber das ist sie nicht. Und in diesem Moment findet ihre Sternenstunde statt. Genau in diesem Moment wartet Alphys vor diesem Raum. Während unseres Kampfes wird sie eingreifen. Sie wird dir vorspielen, mich zu deaktivieren und dich ein letztes Mal zu retten. Schlussendlich wird sie die Heldin dieser Geschichte sein. Du respektierst sie so sehr, dass sie dich sogar überzeugen wird, nicht zu gehen. Oder auch nicht. Weißt du, ich habe genug von diesem vorhersehbaren Affentheater. Ich möchte keine Menschen verletzen, ganz und gar nicht. Mein einziger Wunsch ist es, zu unterhalten. Ihr meint, hat sich das Publikum eine gute Show verdient, nicht wahr? Und was wäre eine gute Show ohne eine Wendung? Hey, was geht hier vor sich? Die Tür hat sich selbst verriegelt. Tut mir leid, Leute. Die alte Sendung wird abgesetzt. Aber es gibt ein Finale, das euch aus den Socken hauen wird. Echtes Drama, echte Action, echtes Blutvergießen. Bei unserer neuen Sendung Angriff des Killerroboters. Metaton greift an. Okay, Metaton, Analyse. Er ist unverwundbar, wirklich. Ja, ich war derjenige, der den Chor umgebaut hat. Ich war derjenige, der die Leute angeheuert hat, dich zu töten. Doch das war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du, was hundertmal besser ist? Durch meine Hand zu sterben. Okay, ah. Diese kleine Erbsenpistole funktioniert nicht, Schnucki. Anzünden? Das wirst du vermutlich machen, wenn die Dinge so weitergehen. Hör zu, Schnucki. Ich habe dich im Kampf gesehen. Du bist schwach. Wenn du weitergehst, wird Asko deine Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Asko die Menschheit vernichten. Oh, ah, okay. Okay. Ich glaube, Anzünden ist nicht das Richtige, auch wenn ich nicht wüsste, was man sonst tun soll. Aber ich kann mit deiner Seele Asko aufhalten. Ich kann die Menschen vor ihrer Vernichtung bewahren. Oh, was? Okay. Nee, ich will mal gucken. Dann werde ich die Barriere mit deiner Seele durchschreiten. Und der Star werden, der ich immer werden wollte. Hunderte, Tausende, nein, Millionen von Menschen werden mir zusehen. Oh, shit. Glitzerglamour. Endlich habe ich alles davon. Was sind also schon ein paar tote Leute? So ist es nun mal im Showbusiness, Baby. Ich sehe nicht, was passiert, aber gib nicht auf in Ordnung. Es gibt einen letzten Weg, Metaton zu besiegen. Es ist noch in Arbeit. Also Urteile nicht zu hart. Aber du weißt, dass Metaton immer nach vorne sieht, oder? Das liegt daran, dass er hinten einen Schalter hat. Also, wenn du ihn umdrehen kannst und den Schalter drückst, ist er verwundbar. Naja, ich bin dann mal weg. Ich stelle ein guter Zeitpunkt, zu seinem Metaton umzudrehen. Umdrehen? Okay. Du erzählst Metaton, dass hinter ihm ein Spiegel steht. Oh, ein Spiegel? Richtig. Für das große Finale muss ich gut aussehen. Oh, oh, kann ich den? Den kann ich nicht? Hm, ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Hast du gerade meinen Schalter umgelegt? Oh, yes. Michael, bist du's? Oh, yeah. Das Drücken meines Schalters kann nur eines bedeuten. Du wartest sehnsüchtig auf die Premiere meines neuen Körpers. Wie gemein. Glücklicherweise wollte ich ihn schon vor langer Zeit zeigen. Also aus Dankbarkeit gibt es eine attraktive Belohnung. Ich werde deine letzten Momente absolut wundervoll machen. Oh Gott, was tut er? Metaton X erlebt seine Premiere. Prahlen posieren Drehungen. Seine Schwachpunkte ist ein herzwürmiger Kern. Ah, das, was er in seinem Gürtel hat. Lichter, Kamera, Action. Was? Ach so. Ich hab's gerafft. Ich hab's gerafft. Das war schlecht von mir. Riecht nach Metaton. Äh, Drehung? Du drehst dich um und verspottest das Publikum. Was? In diesem Zug ist das Publikum auf deiner Zerstörung aus. Haha. Drama, Romantik, Blutvergießen. Wow. Wow, die schießen. Warum? Oh Gott, ich sterb gleich. Item. Ich werde mir mal Junkfood reinballern. Das Publikum ist angewidert. Ich bin das Idol für jeden. Jetzt muss ich auf alles aufpassen. Ich werde bekloppt. Oh Gott. Das war mega scheiße. Metaton. Posieren? Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das Publikum applaudiert. Lächle in die Kamera. Wow. Alter Schwede, was? Äh, Prahlen? Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertungen steigen während des Metaton-Zugs. Oh, es ist Zeit für ein Pop-Quiz. Ich hoffe, du hast deine Tastatur. Das ist deine Aufsatzfrage. Was magst du am meisten an Metaton? Kein X oder Z. Was? Äh, muss ich das Englisch oder Deutsch schreiben? Sprachlos, wer kann dir etwas vorwerfen? Zeit vorbei. Ja, super. Metaton speichert deinen Aufsatz für die Zukunft. Mhm. Ähm, wir posieren nochmal, weil sie das toll fanden. So, Publikum applaudiert. Okay. Dein Aufsatz hat halt in dein Herz gezeigt. Ja, wahnsinnig. Warum zeige ich dir nicht meins? Ja, zeig mir das. Das ist sehr gut. Wow. Oh, shit. So, ganz schnell ein Item. Boah, wir nehmen mal das Quiche. Du bist dein Quiche, du bist komplett geheilt. Und nichts vom Publikum. Oh, ich wärme mich nur auf. Ja, das ist ja super. Stirb doch! Oh, verdammt. So, Metaton. Äh, wir prallen mal wieder. Wertung steigen. Aber wie schweigst du dich auf der Tanzfläche? Wow, okay. Metaton. Äh, wir posieren mal wieder. Drama plus 100. Kannst du mithalten? Wow. Ich weiß nicht, genau. Hui. Äh, wir posieren nochmal, weil mir nichts anderes einfällt. Das Publikum nicht. Oh, das war wahrscheinlich dann nicht so gut. Wow. Gut, dann nochmal. Metaton. Wir, wir prallen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Die Wertungen steigen während Metatons Zug. Dinge werden hochgehen. Wow. Enttäuschung minus 100? Warum? Posieren. Was machen wir denn? Machen wir eine Drehung? Wir machen mal eine Drehung. Du drehst dich um und verspottest das Publikum. In diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstörung aus. Das ist nicht gut. Zeit für unsere Sendepause. Sendepause? Ich weiß nicht, das... Ich vertraue nicht. Richt nach Metaton. Ich versuche es mal so. Wir sind so weit entfernt, Schnucki. Wie wäre es mit Herz zu Herz? Oh, die kommen ja wieder. Das ist ja super. Okay. Das ist schon mal irgendwas. Jetzt hat er keine Arme mehr. Ist das ein gutes Zeichen? Arme? Wer braucht Arme mit solchen Beinen? Ich werde dennoch gewinnen. Wow. Wow. Was? Was? Oh Gott. Wow. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Metaton. Nee, Moment. Ich möchte gern noch ein Item. Parfait Karamellkuchen. Ich nehme erst mal Junkfood, auch wenn das Publikum da nicht so geil drauf ist. Aber ich habe jetzt gerade keine andere Wahl. Komm schon. Was? Wow, 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 wow. Ich bin schon wieder fast tot. Metaton. Ähm, wir posieren nochmal. Publikum applaudiert. Die Show muss weitergehen. Okay. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Huch. Ich bin fast tot. Ich muss ein Parfait nehmen. Liebt die Marke. Es wurden 14 geheilt. Okay, Drama-Action. Achso, nein. Ich möchte kein Ding ins Nehmen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Wir verschonen nochmal. Lichter, Kamera, genug davon möchtest du, dass die Menschheit verschwindet? Oder glaubst du einfach so sehr an dich selbst? Okay. Haha, wie inspirierend. Nun, Schnucki, entweder du oder ich. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnen wird. Ich befürchte, ich weiß es auch schon. Erlebe die wahre Macht des Stars der Menschheit. Was ist da? Was? Oh Gott, hör auf. Okay, ich brauche. Ich brauche leider noch irgendwas zum Heilen oder so. Ich bin zwar mega angeschlagen, aber wenn wir jetzt sterben, ist zwar alles weg, aber auf der anderen Seite haben wir es dann auch erst mal geschafft. Wieder hergestellt, dann. Bist du das da? Kannst du wirklich die Menschheit beschützen? Hör auf! Ach, fuck. Riecht nach Metaton. Prallendrehung, das bleibt alles. Ich würde immer noch Verschonen nehmen wollen. Oh Gott. Das finde ich mit am besten. Das kann ruhig so bleiben. Wir verschonen weiterhin. Okay. Metaton. Er sagt gar nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Ich glaube, ich verkacke es. Volles Rohr. Und das, wo wir schon so weit sind. Okay. Nein, bitte nicht. Ich würde nicht mich töten, bitte. Ich möchte es doch so einfach nur schaffen. Scheiße. Ich kann noch nicht aufgeben. Ja, ja. Mach ich auch nicht. Aber liebe Leute, ich tue euch diesen ganzen Kram nicht nochmal von vorn an. Ich spiele jetzt so weit, wie wir jetzt gerade eben gekommen sind. Vielleicht ergibt sich zwischendurch so eine kleine Pausenstelle oder irgendwie sowas. Eigentlich ist die Folge seit 8 Minuten vorbei. Ich überlege gerade, machen wir es in der nächsten. Ne, ich hänge es hier hinten noch mit dran, sonst ist das mega kacke. Und ein kleiner Cliffhanger oder sowas. Ich würde das gerne noch hier so abschließen. Deshalb würde ich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Ich mache das alleine durch und dann treffen wir uns gleich hier an der Stelle wieder. Bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder zurück. Und zwar glaube ich, habe ich es geschafft. Und wisst ihr was? Wir waren beim letzten Mal einfach nur Sekunden oder einfach nur ein paar Schüsse von diesem Punkt entfernt. Deswegen ärgert es mich umso mehr und freut es mich auch gleichzeitig umso mehr, dass ich diesen Schnitt gemacht habe und wir jetzt an der Stelle erst zusammen weiter gucken. Also stellt euch vor, ich hätte noch zweimal Piu Piu gemacht und dann wäre dieses Bild einfach gekommen. Ich habe es auch direkt beim nächsten Durchgang auch schon geschafft gehabt. Und ich habe auch noch zweimal Junkfood, glaube ich, in der Tasche. Ich habe mich beim ersten Mal ein bisschen blöd angestellt. Beziehungsweise beim zweiten Mal weiß man ja genau, worauf man gucken muss, welche Fehler man verhindern kann. Bla bla bla, wir haben es, glaube ich, zumindest geschafft. Oh, schau dir diese Wertung an. So viele Zuschauer hatte ich noch nie. Das ist ein Meilenstein der Zuschaueraufrufe. Ein wunderbarer Zuschauer hat die Chance, mit mir zu reden. Bevor ich den Untergrund dann komplett verlasse. Schauen wir mal, wer als erstes durchkommt. Hi, du bist im Fernsehen. Was sagst du zu dieser letzten großen Show? Oh, hi, Metaton. Ich schaue wirklich gerne in deine Sendung. Mein Leben ist ziemlich langweilig, aber dich im Fernsehen zu erleben hat mir wirklich Freude im Leben beschert. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, das ist die letzte Folge. Ich vermisse dich, Metaton. Oh, ich wollte nicht so lange reden. Oh. Nein, warte. Warte, bitte. Er hat schon aufgelegt. Ich nehme weitere Anrufe entgegen. Metaton, deine Sendung hat uns so glücklich gestimmt. Metaton, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Metaton, es gibt ein Metaton-Loch in meinem Metaton-Herz. Ah, ich... Ich verstehe. Sag mal, Leute, kennen wir dieses Lied im Hintergrund irgendwoher? Es kommt mir gerade mega bekannt vor. Das ist das Lied, was kam, als diese Romeo-und-Julia-Stelle war. Okay, ich erinnere mich. Ihr alle, ich danke euch so sehr. Schnucki. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier eine Weile bleibe. Menschen haben schon Stars und Idole, aber Monster haben nur mich. Wenn ich gehe, verliert der Untergrund seinen Funken und hat eine schmerzende Leere, die nicht mehr voll wird. Also ich denke, ich muss meinen großen Auftritt verschieben. Außerdem hast du bewiesen, dass du sehr stark bist. Vielleicht sogar stark genug, an Ascor vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, du kannst die Menschheit sichern. Haha. So ist es sowieso am besten. In Wahrheit ist der Energieverbrauch dieser Form eher ineffizient. In wenigen Momenten habe ich keine Akkuladung mehr und... Naja, mir wird es gut gehen. Mach sie fertig, Schnucki. Und noch einmal danke an alle. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ich konnte das Schloss öffnen. Seid ihr beiden... Oh mein Gott. Metaton? Metaton, bist du... Gott sei Dank. Es ist nur der Akku. Metaton, wenn ich dich verloren hätte, ich hätte... Ich meine, hey, ist doch kein Problem, oder? Er ist nur ein Roboter. Wenn ich versagt hätte, könnte ich immer noch einen neuen bauen. Warum gehst du nicht weiter? Wir gehen nicht weiter, liebe Leute, an dieser Stelle, weil wir folgendes machen. Wir machen einen kleinen Cut. Ich werde dann... Kann ich hier wieder raus? Ich kann natürlich nicht raus. Aber hoffentlich haben wir dann dort oben irgendwo gleich einen Speicherpunkt. Und dann würde ich sagen, liegen wir einfach in der nächsten Episode wieder los. Wenn es heißt, let's play Undertale. Bis dann. Tschüss.